Es gibt ja ein Aussehen von dem Regal und eine Funktionalität und die sind gekoppelt und meine Aufgabe ist halt diese die Funktionalität und die das Aussehen zusammenzubringen. Also ich helfe unseren Kunden die Bauteile zu simulieren und zu sehen ob diese auch so wirklich funktionieren und sie dann auch zu verbessern.